Leute, heute haben wir viele besondere Aufgaben, denn wir müssen heute elf Wege finden, um zu sterben. Zusammen mit Ben. Ja, diese Map ist richtig schön, richtig nice. Badrock Edition. Wir haben hier ein halbes Herz, keine Ahnung. Und ich habe keine Ahnung, ob das Multiplayer-spielmäßig klappt. Egal. Ben, komm mal her. Wir werden sehen. Let's go. Ah, es hat geklappt. Level eins. Level Nummer eins. In deinem Weg zu sterben. Ich habe eine Spitzhacke. Du hast eine Spitzhacke? Ja, ich habe eine Spitzhacke. Ich habe auch eine Spitzhacke. Die kann abbauen. Alles. Alles. Wozu ist denn hier Holz? Ah, man hat unendlich. Aber wir können uns ja einfach hochbauen, oder? Können wir was platzieren? Nee, das ist safe nicht. Äh, wie kann man? Amboss. 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 Anden. Anden. Aber den können wir doch auch nicht platzieren, oder? Natürlich, bist du doof. Achso, kann man keine Blöcke platzieren? Nee, geht nicht. Vielleicht geht ein Amboss. Das geht ja dann vielleicht. Was ist hier drin? Wasserflaschen. Nee, hilf mir mal hier das Eisen zu schallern. Ja, okay, okay. Weit geht es auch doppelt so. Boah, man kann nicht mal gedrückt halten, dieser Buch. Geht gar nicht schneller, wenn man es zu zweit macht, ne? Nee. Hört das bei dir auch immer auf, wenn du es abbaust? Nö. Ja, bei mir schon. Ja, wir haben eh genug. Einen haben wir genug. Ja, wir haben safe genug. Oh, kann man jetzt den Turbo-Knopf drücken, irgendwie so? Nee, das können wir leider nicht. Das wäre... Das ist so komisch, Ben. Das ist... Das ist keine Ahnung. Ich kaufe... Ich rieche da keinen Braten, weißt du? Das Ding ist... Ich rieche ja gerade auch Pernat. Warum haben wir keinen Schmelzofen bekommen? Das ist ein gutes Argument. Das ist ein kluges Argument. Ja, aber sonst bringt man sich halt immer mit einem Amboss um, oder? Man könnte auch ein Lagerfeuer machen und reinrennen. Das würde auch gehen. Stimmt. Viele Wege füllen nach oben. Mann, eigentlich wirklich diese Geh-Animation-Umständnis hat er wünschen. Äh, Spiel. Drei Tage später. Hab gewonnen! Ey, ich hab meine Geh-Bewegung ausgemacht. Ich hab mich einfach selber gekillt, Ben. Das hat mir viel zu lange gedauert. Hier sind Llamaramas. Aber... Ich hab keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Sollen wir uns einfach von denen anspucken lassen? Bringt die uns um? Ich glaub, das bringt dich nur auf... Können sie dich töten? Jetzt bespucken die beide dich. Machen sie das wirklich? Wir haben aber nicht viel Spucke, du. Was ist da drin gewesen? Noch mehr. Weißt du, das brauchen wir? Das ist eine Flasche. Wir müssen irgendwas machen. Say. Was ist da nicht ohne Grund hier? Kann man mit Llamaramas irgendwie was... Hat ja, wir können einen Trank machen. Wir können einen Trank machen. Oh, oh, oh. Was für ein Trank? Vergiftungstrank, glaub ich. Ja, okay. Wie geht denn das nochmal? Das erste Nether-Warze, oder? Ja, aber wo haben wir die? Die hab ich hier im Momental. Die war in dem Fass. Ah, lol. Ja, genau so. So. Genau, dann Spinnenauge. Und dann... Noch mehr. Macht... Haben die hier ein Spinnenauge? Jaja, hab ich auch im Momental. War alles in dem Fass. Nice. Drei. Drei. Eins. Boom. Alter, nice. Let's go. Und dann muss man das Lama anticken. Und dann ist man halt dead. Und... Oh, mein Guter. Ja. Nice, Ben, nice. Level 3. Level 3. Ey, hier ist Phil. Schon wieder. Ey, guck mal, der hat den richtigen Dialog, alter. Quatsch dir mal an. Lol, wie cool. Schwert. Nice, okay. Du hast es mir gemobst, aber ist okay. Achso, ja. Sorry. Eisenschwert. Was sollen wir hier machen? Hier ist so ein Teil, wo man theoretisch rein kann. Das ist der. Oh, mein Gott. Ich bin Master einfach. Ah, nee. Scheiße. Das war eine gute Idee, oder? Das muss das etwas mit diesem Phil zu tun haben. Aber irgendwie sagt der nichts. Frag die mal. Phil sagt... Passiert nichts. Phil sagt mh. Ich sag auch mh. Let's go, Tip. Drop something very heavy on your head. Ist der eine Eisenschert, oder wie? Nein, die Fackel können wir da bauen. Ja. Die Fackel soll man auf seinen Kopf brauchen. Nee, die ist ja nicht so schwer. Wir brauchen einen Amboss oder so. Aber wo kriegen wir das her? Gib dein Amboss! Ah, das Level war broke, Ben. Das Level war broke. Man hat doch eine Spitzhacke. Ja, wir konnten das gar nicht lösen, weil man muss eigentlich eine Spitzhacke bekommen. Deshalb mussten wir kurz restarten. Okay, wie geht jetzt ein Ambossismus, Heiner? Äh, keine Ahnung. Amboss. Gib mein Amboss. Amboss brauche ich... Ah, ja. Einmal so. 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 Jo war falsch. Ah, ja. So rum. Wie gut, dass es hier dieses Invertal gibt, Alter. Let's go! Komm, wir stellen uns beide rein. Oh. Oh. Puh. Jetzt muss ja nur einer von uns sternen. Level Nummer 4. Drücken. Okay, mit Eiern beschießen. Wie mit Eiern beschießen? Weiß ich so vor. Muss ich gar nicht überlegen. Hä? Was ist los? Oh, man kann das Holz abbauen. Ah, nee, mit Pfeilen. Ah, siehst du. Ja, logisch mit Pfeilen. Ach, wir müssen Pfeile machen. Pfeilos, Milos. Okay, wir brauchen Sticks, oder? Einen Förderstein bekommen. Geile Meilen. Sticks brauchen wir? Richtig? Sticks, ja. Und Federn und Förderstein. Wie viele Pfeile brauchen wir im Einzug killen? Naja, keine Ahnung. Hä, wusstest du, dass Hühner mit zwei Schlägen einfach kaputt gehen? Ich nicht. Nee, gehen wir mal. Ähm, ich hab vier. Ich brauche Pfeile. Pfeile macht man mit... Keine Ahnung, geht grad nicht. Gib mir mal Feuersteine, bitte. Liegen. Liegen schon da. Gib mir mal Feuersteine. Liegen schon da. Wo denn? Ach so, da. Komm, Ben, wir haben 16 Pfeile. Das kriege ich hin. Einer stellt sich hin und drückt und der andere steht dir rum. Ist ja nicht so weit weg, bist du doof. Das ist so nass. Kann ich nicht mehr drücken. Drei Herzen noch. Wenn du schaffst es, du schaffst es. Drück. Haben wir noch welche? Alles, alles. Das ist knapp. Ja. Nice. Level number five. Hier haben wir wieder einen Knopf. Der mag. Ah, jo. Okay, easy. Das war richtig easy, Alter. Oh ja, das war alles einfach selber. Ach so, aber wir kriegen keinen Schaden. Wir kriegen keinen Schaden, Ben. Ah, scheiße. Wir brauchen eine Milch oder sowas. Die Milch. Wie kommt es denn so auf die Milch? Damit der Effekt weggeht. Ah. Ah, ich verstehe es. Nein. Aber wie kommt man... Hier muss man doch safe hin, oder? Sieht doch so... Ah, ja. Ich habe was. Was? Eisenknochen. Oh mein Gott, ich habe es geschafft, Ben. Ich bin so ein Genie. Alter. Du bist so klug. Ja, ich habe mich von dem Dings da hochpushen lassen. Dann noch fertig. Lagerfeuer. Kuchen. Fisch. Kuchen. Warum ist das Lagerfeuer aus? Eisenkohle. Kann man das Lagerfeuer haben? Da muss man natürlich Lagerfeuer mäten, würde ich mal. Ähm, haben wir nicht Eisen oder sowas? Wurde man hier wieder eine Spitzhacke kriegen? Ja, ich habe die, ich habe die. Keine Sorge, Ben. Ich habe die Spitzhacke. Okay, dann mal rein in den Ofen. Wir haben drei Eisen. Mit dem Feuerzeug kann man das anzünden, ne? Bin mir nicht sicher. Würdest du den machen, ja? Ja, das sage ich doch. Aber wir haben ja gar keinen... Ach doch, hier. Ja, safe müssen wir einfach so ein Dingsbund. Ausbauen. Ah, ich habe einen. Puh. Nice. Dann brauchen wir... Oh shit, wo ist die Bergwagel? Ach so, die brauchen ja gar keine Bergwagel. Manchmal bin ich so verwirrt, Leute. So. Ja, es funktioniert. Alter, jetzt raschen wir hier durch. Jetzt raschen wir hier durch. Das war easy. Ich wusste, dass Feuer... Lagerfeuer irgendwann drankommt. Ja. Warum? Level 80. Sieben, sieben. Der traded. Was traded der so? Flamme. Flamme. Oh, hier sind heftige Sachen drin. Hier ist TNT. Wir brauchen eine TNT-Lore oder sowas. Nee, wir brauchen Flamme auf den Bogen. Und dann damit TNT zum Explodieren bringen. Okay. Und der braucht Emeraldus. Die Flamme braucht mal neun Emeraldus und ein Buch. Ja, ich schätze mal... Ah, ich habe ein Buch. Aber ich schätze mal, wir haben die Schwitzhacke wieder nicht bekommen, oder? Ah ja, stimmt. Hier ist ein Smarag. Reset. Hab sie. Ich habe das andere schon, ne? Yeah. Ich habe schon mal die Level. So, bin bereit. Ja. Ich habe neun Emeraldinhos. Ich gehe jetzt mal hoch zu dem Mützenkollegen. Flamme. Also, ich muss verzaubern, was die Level hat. Oh, ich hoffe, das reicht, dass wir irgendwelche Probleme haben. Puh. Gehen wir zum TNT. Ein TNT soll töten. Ja. Ja. Das sah richtig komisch aus. Ja, das war aber schon seltsam. Oha, Crying Obsidian. Ja, okay. Hier ist eine Tiste mit Sachen drin. Netherite-Spitzhacke. Ah, die heftigste Spitzhacke. Muss ich dieses Netherite wahrscheinlich abbauen? Ja, wahrscheinlich, oder? Das ist kein Netherite, das ist Crying Obsidian. Äh, warum funktioniert das denn hier nicht? Ich kann es... Das hier soll ich abbauen, oder? Ja, ja. Geht das nicht? Ah, ja. Habe ich, habe ich. Nee, warte, warte. Hier ist noch eins. Hast du noch zwei Obsidian? Ihhh. Perfekt. Und... Bumm. Theoretisch, jetzt mal ganz doof gesagt, hätten wir uns ja auch einfach mit dem Feuerzeug töten können. Ich glaube nicht, dass du Feuer platzieren kannst. Ich hatte Feuer platziert. Ja, wo sind wir denn? Wir haben Nether natürlich, oder? Ja, wir können nicht... Aber wie drücken wir uns? Looooooon! Höh. War unter die Kuh. So, Level 9. Oh, jetzt ist ein Pfeil. Alter, hier geht Mucke. So. Du hast eine Kiste, sagst du? Was ist da drin? Drei rote Wolle. Drei rote Wolle. Ja, jetzt müssen wir überlegen. Das ist eine Überlegen-Musik. Leute, was müssen wir machen? Wir sind Detektive. Keine Ahnung, da drauf droppen vielleicht? Kann man abbauen. Aber Wolle? Kann man ja mit Wolle machen. Ein Teppich. Vielleicht ein kleiner Tipp? Der Tipp lautet... Schlafen. Ja, wir sollen ein Bett bauen. Wer bietet denn ohne Holz? Warte mal, hier, das ist Holz. Ah. Ja, clever. Beim 1000er IQ. Je, das Geräusch ist richtig komisch. Ja, Mann. Karmensin-Brille, ja. So, gute Nacht, Elina. Da schlafen sie... Müssen wir das nicht hier platzieren? Je. Alter. Oh, shit. Ach so, stimmt. Bei Nether explodiert ja das Bett. Hab ich gar nichts dran gemacht. Noch eine Kiste. Erster. Wir haben Knochen, fünf Stück. Wäre Pilz. Ich vermute, man kann irgendwas machen. Wäre Pilz auf einem Stock, kann man damit machen. Wäre Pilz auf einem Stock? Jo. Warte, wir brauchen einen Tipp, das ist mir zu hoch. Platziere einen Pilz. Ja, siehst du? Ja, okay, place mal irgendwo. Chill mal. Such, such, such die Stelle, Ben. Hier, mach. Ich glaube, wir hätten draufstehen müssen. Okay, nochmal, ich hab noch einen. Ach gut, ich dachte gerade verkackt. Du stehst drauf, okay? Aber ich kann's dann nicht... Doch. Ah, shit. Gerade eben hatte ich den Spot. Ich hatte ihn. Ich hab ihn nicht mehr, Ben. Komm, stell dich nochmal so hin wie... Eww! Das hat nichts gemacht, oder? Man kann es aber abbauen. Vielleicht müssen wir... Also, vielleicht soll es ja so sein. Ja, stimmt, vielleicht sollen wir uns da... Können wir uns da rüber bauen? Okay, Ben, ich hab das Rätsel gelöst. Guck mal hier. Du musst hier den Pilz platzieren. Ah, hä? Ach so, ja, logisch. Warte, hab ich! Kommen Sie her mit dem Fungus. Hier unten? Ja, ja, da unten. Hier, mach mal. So. Und dann kannst du quasi da drüber springen. Ah ja, clever. Yeah. Ah, hier klappt der Öl perfekt. Bäm! I'm not ready. Aber egal. Wo sind wir? Wir sind im Portal, Alter. Also, wir müssen wieder zurück. Blende wird gebaut. Finale! Äh, war das nicht schon Finale? Nee, das war auch nicht Finale. Scheiße, ey. Hö, ich will noch raus, Leute. Bäm! Ich darf ihn dann anders machen. Nee, nee, ein Anders machen wir nicht. Wir brauchen hier Schienen. Ich hab schon mal geguckt. Na ja, und dann können wir die Lore starten. Und dann hier ist der Button, um das Ding in die Luft zu her. Ride, 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 Ben. Du hast es ja fast. Nee, nee, der Button ist nicht. Wir müssen bis zu dem Redstone. Wir brauchen übelst viele Schienen, Alter. Das sind mindestens... Eine Tonne. Mindestens eine Tonne. Okay. Warum denn nur? Wir brauchen eigentlich nur Schienen. Mehr brauchen wir nicht. Nee, ich wollte fragen, warum wir nur Eisen für Schienen? Nee, wir brauchen doch auch Holz oder nicht? Ich kümmere mich darum. Das finde ich formidabel, Ben. Wir bräuchten auch noch Holz für Kohle. Hallee, hallee. Nice. Hier hat man sogar einfach zwei solche Öfen bekommen. Da hat er gegönnt, ja. Da hat er mal gegönnt, ja. Hauptsache, du packst das Holz einfach in den Ofen, der leer ist. Was ist hier? Kann ich das auch abdauen? Nee. Jetzt heißt es wieder, warten. Warten, Füße hoch. Oh mein Gott, Ben. Man kriegt einfach 16 Schienen aus diesem Kram raus. Ja, dann easy. Dann easy, schniezy, Alter. Bam. Ich starte gleich. Muss ich beahnen. Eins. Bam. Drei. Oh, die fährt wieder. Alter. Okay, so spannend war es jetzt auch nicht, weil sie mega langsam fährt. Let's go. TNT Boost. Nice. Das war ja locker, flockig easy. Viel gratuliert uns auch. Danke, danke. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Elf-Level hier erfolgreich absolventet. Leute, ich hoffe, ihr habt die Folge gefallen. Freut es dir? Lass mir einen Daumen nach oben da. Darüber würde mich richtig freuen. Lass doch ein Abo da. Darüber freuen wir uns mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag morgen Abend. Hatte Rade. Ciao. Ciao.